Dann moderiere ich hiermit an, wir sind kämpfend hier in Seven Days to Die in der Stadt unterwegs. Ich bin hier, da hinten ist irgendeiner von den anderen und der dritte, der ist irgendwo anders. Hilfe! Ich kann dich schon wieder nicht looten! Oh man, Fleck, was ist du für ein schlechter Haus! Oh ja, hör auf mich zu beschuldigen, ich bin unschuldig. Ich stifze dich gar nicht. Das Ding ist, ich kann auch schon nicht looten. Ach man, was ist denn hier, Jungs? So ein Scheiß. Hilfe! Unfassbar. Ich muss mir mal einen Bogen machen, ne? Neun. Mal gucken, ob das klappt. Ansonsten, Hose aus. Hose aus. Was meinst du mit Hose aus? Das wäre vielleicht für dich mit deinem Diarrhoe auch nicht... Sag mal, ist die Horde einfach an uns vorbeigelaufen? Ja, die ist zu mir unterwegs. Jenny, du bist bei mir hier auch noch genau hier. Du läufst nicht. Also du läufst, aber du bist genau hier. Stehst du vor mir oder nicht? Ich stehe jetzt vor dir. Jetzt stehe ich neben, mehr oder weniger neben dir. Nö, du stehst die ganze Zeit vor mir und läufst. Fleck, Fleck steht ja auch die ganze Zeit. Fleck steht genau hier. Ja, Fleck, ich stehe auch. Ich glaube, ihr seid kaputt. Du bist kaputt. Leute, wir melden uns gleich nochmal. Bis dann. Tschüss. Oh Gott, meine Pfeile sind alle. Jenny ist noch, glaube ich, nicht so weit. Doch, doch. Aber gleich tot. Dann moderiere ich jetzt hier mit an. Wir sind hier wieder an der Stadt und uns fällt hier gerade so ein kleines Hörtchen an. Hörtchen ist gut. Das ist eine Horde. Jenny ist auf einmal lauter geworden. Was ist dann nur immer kaputt? Wie viele Pfeile hast du mir gegeben? 30. Irgendwie 37 oder so. Ich habe jetzt nichts mehr. Das war ein Volltreffer. Jetzt habe ich Pfeile in der Hand. Ach, weil mein Bogen kaputt ist. Oh, warte mal. Das ist ja ein bisschen schlecht, ne? Ja, das hatte ich vorhin auch. Pfeile in der Hand, weil der Bogen auf einmal weg war. Boah, wieso kann ich... Ich habe mir doch gerade noch einen Pfeil gemacht. Ach, mir... Mir fehlt ein bisschen das Holz. Ih, jetzt soll ich... Ich protecte dich gerade mal, Jörle, ne? Ich habe auch noch Holz, außer Holz. Nee, nee, alles gut. Ich... Ich habe doch hier... Es ist alles cool. Der Typ, der hier lootet, bin ich. Bitte nicht auf mich schießen. Ja, da krabbelt was. Oh. Da vor mir. Erlebt ja immer noch. Was macht der da? Der steht nur rum. Okay. Boah, den... Diese Crawler, die kriege ich nie, ne? Den kannst du... Ah, da ging's mal. Ah, mein Triff geht so schlecht. Ja, die kannst du echt... Also treffen, das ist wirklich so. Und? Zack, sicherheitshalber mal drauf. Ich würde sagen, haben wir, wa? Ich würde sagen, haben wir. Das war jetzt aber mehr als merkwürdig, ne? Also zweimal konnten wir jetzt... Oh, Jörle, das war knapp. Was denn? Dankeschön. Die ist mir voll von... von Boden gelaufen. Und du bist lauter geworden, Jenny. Hast du dich irgendwie umgesetzt oder so? Absolut überhaupt nicht. Habt ihr die alle schon gelootet hier? 16 Uhr, hä? Was ist denn... Irgendwas ist doch kaputt. Wir sind doch losgegangen und... Ah, Mann. Mir ist das jetzt so doof. Ich glaub, jetzt hier die Straße lang. Tschüss. Ich komm nicht. Au. Au, 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 au. Nein, jetzt soll ich auch noch ein Fehler. Ah. Wow, ich brenne. Ah. Oh nein, es fängt schon wieder an. Jenny läuft nur auf der Stelle. Und wir können nix looten, stimmt's? Es ist irgendwas kaputt, irgendwas ist kaputt. Irgendwas ist kaputt hier. Ich brenne. Flaggy steht bei mir nur. Ja. Herzlich willkommen heute zum Verpacken. Seven Ways to Cry. Oh, das ist doch blöd. Wow, der hat mir voll aufs Fressbrett gehauen. Stehst du hier noch oder bist du schon wieder weiter? Äh, ich hab auch keinen Mausweiger mehr. Wir sind, wir sind alle weiter. Das, ich hab hier einen Shop. Ich gucke jetzt mal, was das hier ist. Vielleicht kann man das Ding ja looten. Da ist ein Chomp-Way. Ich hör auf... Oh, das ist doch... Blöd. Born and Noble. Oh, bitte. Bitte sag mir, dass ich Born and Noble looten kann. Dass du was looten kannst? Born and Noble. Ich werd... Es macht mich fettig. Das können wir doch nicht spielen. Natürlich können wir das so nicht spielen. Jetzt lass mich mal kurz nur gucken, ob hier was drin ist. Ich kann nämlich looten. Da ist 9 Millimeter oder 10 Milliliter? Milliliter? Milliliter. Milliliter. Milliliter, ist gut. Ich nehm erstmal alles mit. Oh, das ist auch prägend. Komm schon, Quality Joe, gib alles. Ein Buch. Ich bin entzückt. Song of Shotgun. So, was haben wir hier? Nichts. Ich glaube, ich bin bei dir. Ich hab hier auch einen Shop gefunden. Ach, jetzt weiß ich, was ihr mit... Wie, du, ist das? Jetzt weiß ich, was ihr mit... Born and Noble. Kann sich nicht bewegen, weil bei mir steht Jenny hier noch. Oh, nee, da läuft... Ah, nee, das ist ein Zombie. Leather-Tunnel. Und davon... Und davon ab, meine Welt ist hier wieder zu Ende. Mhm. Ja, wir gucken da gleich mal, ihr Lieben. Wenn nicht, müssen wir mal unplanmäßig hier die Session beenden. Das heißt aber auch, dass dann die Folgen nicht kommen. Also, seid uns nicht böse, falls das passieren sollte. Man kann ja nicht wissen. Irgendwas grunzt mir hier in den Nacken. Alles kaputt hier. Weder öffnen, noch looten. Meine Welt ist kaputt. Alles scheiße. Würde dich ja gerne drücken, aber ich hab keinen Mauszäger. Ding, das kenn ich, das kenn ich. Ich bring euch Bücher mit. Dann... Ich hoffe, der speichert das jetzt. Handelbar schematik. Ah, yes. Ja, cool. Also ich würde jetzt gerne Zombies finden und mal zu Hause landen. Also der eine Zombie hat's auf mich abgesehen. Also das funktioniert schon noch. Ja, meine Welt ist nur überall zu Ende. Hier ist auch Wasser. Ja, ich... Wir werden... Wir gucken gleich mal. Ich hab auch keinen Mauszäger. Hier ist ganz viel Wasser. Da sind Zombies. Oh, oh. Unter. So, jetzt guck ich schnell nochmal. Ich hab noch ein paar Bücher. Na, komm schon, Baby. Gib mir Zement. Sag mal. Fuck. Zement, 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 bitte. Oder Stil. Das wär schon mal ein Anfang. Ich will. Jetzt haben wir. So. Ne, aber ich hab leider dummerweise... Niente. Nada. Ah, nichts im Bookshop. Irgendwie nichts. Ich guck jetzt nochmal durch. Hä? Direkt vor mir soll er angeblich ein Zombie sein. Hä? Ich kann den sogar wegdrücken. Der ist aber unsichtbar. Ja, das ist... Was ist denn hier los? Ich... Ich weiß nicht, was das ist. Aber ein Update kann man nicht oder so. Ne. Was wir jetzt noch... Ich hab noch eine Idee, was wir machen könnten. Ähm. Das kann ja auch nicht daran liegen, dass wir nicht zusammen waren. Weil wir waren ja dann am Ende beim Neustart zusammen. Ne, ne, das hat damit jetzt nichts zu tun. Also ich hab da noch eine Idee. Ähm. Dann locken wir uns jetzt wahrscheinlich hier nochmal aus. Und wir sehen uns dann nochmal zum dritten Mal heute. Wieder bis dann unsere... Jetzt hab ich auch hier Konsole. Bis dann. Ai, 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 ai. Große grüne Neune, sag ich euch. Ich renne jetzt mal zu dir. Hey, warte mal. Zu wem? Ich hatte euch doch gerade noch auf der Karte. Ja. Verlässt er mich einfach. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ach, da hinten. So, Konsole. Hast du schon wieder Konsole? Ja. Oh Mann. Ich kann aber noch untersuchen. Probier... Also guck mal, dass du... Nicht, dass es an der Stadt liegt? Fragezeichen. Ja, kann schon sein. Aber dann müssen wir auch erst mal raus, ne? Dann müssen wir auch raus. Das hat ja erst in der Stadt angefangen, oder? Ja. Ja, eigentlich schon. Also Flag... Ich hab das Gefühl. Ich schlag jetzt auf Flaggy ein. Ah, ich bin... Ne, das tust du nicht. Ich seh dich. Gar nicht. Du bist hier gar nicht mehr. Dann haben wir... Dann haben wir ein allgemeines Problem mit der Stadt. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Vor allen Dingen, weil... Weil ja hier die ganzen Blutstellen sind. Wir müssen ja hier hin. Das ist Pflicht. Also wir müssen in die Stadt, weil sonst... Können wir ja... Ach, das ist doch... Ohne sich zu stoßen. Gehört das mal verboten. So, ich hab auch keine Maus mehr. Also bei mir ist es wieder komplett im Poppes. Also bei mir ist, glaube ich, alles da. Wenn ihr jetzt hier seid, da ist Jenny... Bin einfach mal aus der Stadt rausgegangen. Wette, das ist die Stadt. Ja, Jenny! Äh! Was? Das ist doch scheiße, ist das? Das Problem ist, ich überhitze gerade wieder. Ja, mach dich schon nackig. Ja, haha, wie denn ohne Mauszeiger? Also ich bin jetzt genau da in dem Gebäude, wo du auch bist. Oder warst. Nö, ich bin... Ich wollte gerade sagen, da war ich. Ich höre den... Ich höre den Flag essen. Ja, ich ziehe mir auch gerade was rein. Das ist richtig. Na, das... Das hört man noch. Ach, das ist doch alles weird. Ja, weiß ich nicht. Wie machen wir das jetzt? Abbruch, ähm... Versuchen hier rauszukommen. Aber jetzt ist 21 Uhr noch was. Würde sagen, erst mal Abbruch. Das ist ja... Döf ist das ja. Ich glaube, es liegt an der Stadt. Ich glaube, es liegt echt an der Stadt. Ich bin jetzt mal rausgegangen. Du bist jetzt raus? Also ich bin noch drin. Aus der... Nee, aus der Stadt meine ich. Ja gut, aber Jenny läuft hier immer noch, ne? Das ist, äh... Also brechen wir für heute ab. Ja. Okay. Also ich hab das... Ich hab's gerade noch aufgenommen. Ihr Lieben, ihr habt's gehört. Wir unterbrechen das Ganze für eine Dauerwerbesendung. Alles kaputt. Wir unterbrechen das Ganze für eine Dauerwerbesendung. Ja, wie es dann weitergeht, seht ihr dann irgendwann die Tage. Vielleicht kommt ja auch mal ein Patch raus oder so. Wer weiß. Dann verabschieden wir uns heute aus einer etwas kleineren Folge, ne? Dann dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.